Heute ist Aschermittwoch, damit beginnt bis Ostern die Fastenzeit. Auch die Evangelische Kirche hat verschiedene Projekte, um auf Gewohnheiten aufmerksam zu machen, die vielleicht nicht immer nur positive Anteile hat. Einige machen sich Gedanken, auf was man in dieser Zeit verzichten oder wo man zumindest sich etwas einschränken könnte. Eine Aktion heißt zum Beispiel sieben Wochen ohne. Wir möchten in der Zeit bis Ostern die Aktion Hashtag Klimafasten, so viel du brauchst, für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit hinweisen. Jede Woche gibt es ein spezielles Thema mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Weitere Infos zu dieser Aktion auch im Internet unter klimafasten.de Jetzt seid gespannt, womit es weitergeht. Ich bin ein bisschen schrecklich. Ich bin ein bisschen schrecklich. Ich bin ein bisschen schrecklich. Ich bin ein bisschen schrecklich.